ja moin sind youtube ist wieder mal euer renee von fangburg willkommen zu minecraft weihnachten part 21 wir machen uns ein Adventskalenderchen auf frohe weihnachten du hast das zwanzigste tüchen gefunden hast ein zwanzigste tüchen ist ist stock unter uns viel spaß beim suchen ihr seht auch schon hier die wege habe ich jetzt vollendet überall die wege sind fertig nur noch die häuser und die deko muss her 22 der ist morgen 29 der ist heute einmal feuerstein und eisen aus eisen macht man die eimer und auf feuerstein und eisen das feuerzeug das ist unser letzter stock auch jetzt noch drei tage dann sperren wir mal unser buch und unsere hebel wieder ein und machen und beschäftigen wir uns mit ziegeln hier habe ich jetzt zwei feuer gemacht weil sonst werden die nah aneinander stehen und das ich weiß nicht ob das gut ist oder schlecht ist zumindest das ist das nächste haus die können sehen was die anderen machen entweder ist es gut oder schlecht keine ahnung man nicht 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 sondern nicht nicht sondern nicht nicht im dunkel habe ich aber Angst Willkommen die fiesen Creeper und die fiesen Zombies in the sky gazing far into the night I'll raise my hands on the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through Okay dann klauen wir uns mal ein bisschen Licht Drug Untertitelung des ZDF, 2020 So Und da noch eins zähnen Und da noch eins zähnen So Oh Oh So Und verbastle ich jetzt meine Gläschen So 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 Möchen! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und weiter geht die Lucy Ui Nee Ich kann aber gleich schon mal zeigen, den Weihnachtsmarkt habe ich jetzt beendet Jedes mal vergesse ich die Kohlekack Ja Yo So jetzt kann man auch von beiden Seiten Fernsehen gucken Oh was in sich Und ein bisschen Quarzgemüse Bisschen dort Bisschen dort Dann war es das jetzt mit dem zweitletzten Haus Morgen bauen wir noch das letzte Haus Jetzt zeige ich euch erstmal den Weihnachtsmarkt zu Ende Ich habe hier noch einen Lebkuchen Hier noch einen Kleidungsstand Hier noch ein Keinen Scharstand Keinen Scharstand Sondern ein Eigentlich ein Glühweinstand Dann hier ist Eine kleine Bahn Die hier immer rumfährt Wenn sie rumfährt So ein Schneegebiet Mit ein paar Hecken Hecken Ich hatte die Sau gut Geschwindigkeit aber Willen wir jetzt nicht Ja und das war es dann Hier sind ja nochmal wieder Lebkuchen und Kleidungsstände Und wieder ein Glühweinstand Und wieder ein Glühweinstand Das hatten wir ja schon Und hier Einzige gebrannte Mandeln Ist der einzige der Alleine rumstellt Aber das ist auch schon Der fertige Weihnachtsmarkt Der ist jetzt komplett fertig Dann habe ich jetzt So hier die Wege ausgekleidet Hinten die Wege Das müssen wir dann auch schmücken Einmal komplett rum Die Ecken der Häuser Das sind freie Plätze die müssen wir auch schmücken Also Ist so Bis zum 24. haben wir noch genug zu tun Und am 24. Also jetzt nur noch ein Haus Und ein bisschen Deko Also aber wenn euch dieses Video gefallen hat Gebt mir gerne ein Däubchen nach oben Lasst ein Abo da Wird mich freuen Tschüss bis zum nächsten Mal Euer René von Farnburg Tschüssi